Liebe Fahrgäste, wegen einer beharrlichen Anordnung muss in allen öffentlichen Verkehrsmitteln ein Nasenschutz getragen werden. Bitte halten Sie auch weiter den Abstand zu anderen Fahrgästen und zu... ...Eindämmung der Coronavirusverbreitung, häusliche Quarantäne, die Wachstumskurve flacher wird, exponentielles Wachstum, Homeoffice... ...Soziale Kontakte ein, Kapazität des Gesundheitssystems, Maßnahmen an Schulen werden ein nächster Schritt sein. Das allererste, was ich in der Früh mache, ist, ich bestätige meine Anwesenheit. Das mache ich über das LMS, unserer Lernplattform. Ich gehe auf das Fach, was ich gerade habe, in dem Fall Geschichte, auf Diskussionen. Dort stellt der Lehrer dann die Angabe hinein... ...und ich antworte auf diese Angabe mit einer kurzen Nachricht. Ich schreibe zum Beispiel immer einfach... ...Guten Morgen, damit der Lehrer weiß, dass ich da bin. Als nächstes lese ich die Aufgabe mal durch. Ich muss jetzt in meinem Schulbuch eine Seite aufschlagen. Ich gehe jetzt auf Digi4school. Das ist eine Seite, wo ich alle meine Schulbücher als E-Book habe. Hier sieht man mein Geschichte Buch, da gehe ich drauf und gebe oben die Seite ein, die ich brauche. Und jetzt beginne ich zu arbeiten. Wenn ich die Aufgabe dann abgeben will, gehe ich jetzt in meinem Schulbuch. Dann gehe ich auf Aufgaben, auf das heutige Datum und lade ein Scan oder ein Word-Dokument hoch. Wow, Jesus! Das ist jetzt nicht warm! Ah, na danke! Okay, Ding! Ah! Und jetzt schauen wir schnell in die Grammatik auf die nächste Seite 112. Wer möchte denn das vorlesen, was da steht? Ich? Ja, ja. Ah, Lena! Welle, Nolle, wollen, nicht wollen. Die Modalverbe, Welle, wollen und Nolle, nicht wollen, werden im Präsenzstamm unregelmäßig abgewandelt. Welle ist zum Beispiel Volo, Vis, Volt, Volumus, Voltis, Volunt, Welle. Und der Imperativ ist Nolli, Nulliter. Okay. Wie konnte ich nicht atmen? Das heißt, im Video hört man mich jetzt im Hintergrund so ganz leise so... Ich verstehe es nicht. Da kommt was raus! Ja! Ach sooo! Sooo! Ja, ne? Oh, gut! So! 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 Okay, viel besser vom Tempo und viel besser den Wechsel. Kein Vergleich, Tag und Nacht, bei dem Takt, was ist das, 50, 1, 2, 3, bei 54, 254. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.